Musik Ladebildchen, Ladebildchen, mal in mein Handy gucken Musik Es ist jetzt die Rache, weil ich ihn aus dem Keller geholt habe, ja? Ich werde nicht kampflos aufgeben Ich hab dich schon gesehen, Alter Ich hab dich schon gesehen Ah, verdammt! Und das direkt unterm Haken. Na, das ist doch wie ein Geschenk. I need someone to heal me. Hello? Naja, mitten auf dem Weg ist, glaube ich, nicht gerade so die Gute, aber... Danke. Scheiße, er kommt. Mal schauen, mal schauen. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Killer. Na, 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 hör auf zur Wackeln, Ferne! So, mein Mädchen. Lass da gerne hängen. Alter, heb die Füße! Zwei sind sogar hier oben, guck mal. Die springen auch sofort. Na komm, Kinders, kommt. So. Und gleich wieder rein ins Haus. Weil die nämlich mit Sicherheit hier wieder reinkommen. Komm her, Schnecke! So! Herzelein! Glaubst doch wohl nicht, dass... Ich meine, ich bin blond, aber auf Dauer auch nicht dumm. Ja, guck mal! Ich hab dich gesehen! Scheiße, ich hab zu früh geschlagen! So, meine Kinders! Jetzt ist Lust und ist lustig! Wohl sein gefallen! Oh, da... Dein Pech, mein Lieber! Das tut mir leid! Was rennst du mir auch? Direkt vor die Nase! Es tut mir leid! Ach, guck mal! Ein Haken für dich! Oh, Mensch! Wir verstehen das aber auch nicht mit den Händen, ne? Das ist eine Falle! Nein, nein, nein! Oh, Mann! Lass mich doch! Lass mich gleich wieder durch, ey! Oh, nein! Und tschüss! Ja, Jungs! Dumm gelaufen für dich! Komm mal her! Ich hab da was für dich! Guck mal! Ich hab da was ganz feines für dich! Guck mal hier! Komm mal her, du! Hörst du auf zu wackeln, Mensch? Ach, da bist du! Also wirklich! Wie kannst du nur? Also, wir müssen mal ein ernstes Wort reden, wir beide! Du, wir müssen echt mal miteinander reden! Ha, 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 ha! Die Falle unterm Arsch! Das ist auch kackengreis, wa? In dem Moment, wo du die Falle aufstellst? Ja, dann stellen wir doch... Lauf erst mal gegen Bäume! Oh, der ist direkt hinter mir! Nein! 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 Weg! 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 Ah! Krampf in den Finger! Krampf in den Finger! Krampf in den Finger! Krampf in den Finger! Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt! Na komm, Geist! Komm! Seh dich! Solange der Geist in Verstohlenheit ist, kann er... Ähm... Hallo! Ich hab dich gehört! Schatz! 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 Dass ihr heute alle so bereitwillig an dem Haken vorbeilauft! Gucke mal! So, Spatzel! Eine Falle auch für dich! Oh! Sind wir in die Falle getappt! Umso später der Abend, umso kindischer wird man ja! Krr! 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 Das wird nie anders! Hallo! Guten Tag! Fahrkartenkontrolleur! Unberechtigtes... Abhängen! Das dauert jetzt viel Spaß beim Abhängen! Soll gut sein! Sag mal, Herzchen! Du hast es nicht gelernt, ja? Jetzt ist es vorbei! Jetzt kannst du gleich an den Haken ran! So, und tschüss! Was? Du wolltest es ja nicht lernen! Ja, manche lernen es halt auf die harte Tour! Oh! Mein schönes Messer! Musst du alles so versauen! Ich war so frei! Ich hab mal hinter dir aufgeräumt, ja? Auch geiler Sound, ne? Willkommen in meinem Buggy-Gesicht! Wie sie sehen, zeig ich mir selber die Zähne! Das war dein Fehler! Wärst du nicht stehen geblieben, hätte ich dich niemals gesehen! Guck mal, da liegst du doch! Ja, was machst du denn hier? Ich wollte doch meinem Freund den Haken zeigen! Gucke mal! Der wartet sogar noch auf dich! Darf ich dir auch mal was zeigen? Ich hab hier was ganz besonderes für dich! Gucke mal! Frisch desinfiziert! Oh ne, der Glöckner von Notre Dame! Scheiße, jetzt hat Dr. Salami einen aufs Maul gekriegt! Da, da, ähm... Da, da, da! Der andere?